So, ich bin hier mit Dagmar Wörl und Dagmar Wörl hat gerade gesprochen, sie hat von Herzen gesprochen und sie ist ein wirkliches Role Model und Dagmar sagt doch ganz kurz, worüber du gesprochen hast, damit auch alle anderen was davon haben. Ja gut, das kann ich jetzt nur schnell zusammenfassen. Ich habe aus meiner Zeit das Maritime Kollektor in der Kanzlerin gesprochen. Ja, das ist natürlich wichtig hier auch in Hamburg, dass es auch Frauen gibt, die diese Rolle ausfüllen können und gemacht haben. Und natürlich über die neue Staffel, die Höhle der Löwen, die jetzt angefangen wird zu drehen. Und ja, bisschen auch über meinen Werdegang. Und was toll war, es war nicht eine im Saal, die es nicht gesehen hat. Und vor allem wusste ich gar nicht, dass ich reden sollte. Ja, aber das kannst du einfach. Du bist einfach großartig. Vielen Dank, dass du da bist.